Pickel und entzündliche Veränderung im Rahmen einer Akne gehören zu den häufigsten Hautproblemen. Besonders betroffen sind Jugendliche in aller Welt. Aber auch Erwachsene sind nicht vor ihnen gefeit. Diesen Problemen liegt eine Verstopfung der Poren zugrunde, die wiederum durch eine übermäßige Talgproduktion oder durch Schmutz bedingt sein kann. Die Gesichtshaut ist den ganzen Tag der Umwelt ausgesetzt. Licht, Luft und Sonne, aber auch der Luftverschmutzung und den Partikeln, die Händen und Kleidung anhaften, erreichen Pickel und Akne einen bestimmten Schweregrad. Ergeben sich für die Betroffenen unter Umständen zusätzliche psychische Probleme. Das Selbstbewusstsein leidet. Man fühlt sich nicht wohl in seiner Haut. Einen Schönheitsmakel stellen Pickel in jeder Ausprägung dar. Der Bedarf an Therapieoptionen für Pickel und Akne ist entsprechend groß. Viele Kosmetikunternehmen bieten eine Reihe von Behandlungsalternativen an, die eine gründliche Reinigung der Gesichtshaut und einen zügigen Heilungsprozess ermöglichen. Auch in der alternativen Medizin finden sich Heilmittel, mit denen Pickel und Akne behandelt werden können. Sie haben ebenfalls gesundheitsfördernde Eigenschaften, bergen aber ein geringes Risiko für Nebenwirkungen. Die Gesichtsmaske aus Hafer und Milch gehört zu jenen Produkten, die vollkommen natürlich sind und Entzündungen der Poren lindern. Im Folgenden verraten wir dir, wie du diese Gesichtsmaske zubereiten und anwenden kannst. Deine Haut wird strahlen, wenn sie frei von Akne ist. Ein Blick in den Spiegel verrät es uns. Was sagt das Gesicht über unsere Gesundheit aus? Schon seit Jahrhunderten werden Hafer und Milch zur Schönheitspflege eingesetzt. Wer hat noch nicht davon gehört, dass Kleopatra in Milch gebadet hat? Viele Menschen in aller Welt machen sich die Eigenschaften von Hafer und Milch zunutze. Um eine schöne, strahlende Haut zu bekommen, werden Hafer und Milch miteinander kombiniert. Erhalten wir eine Gesichtsmaske, ein adstringierendes Peeling, mit dem effektiv abgestorbene Zellen und Verschmutzungen beseitigt und Entzündungen vorgebeugt werden kann. Außerdem kann mit dieser Gesichtsmaske der pH-Wert der Haut reguliert und die übermäßige Teigproduktion reduziert werden. Hafer ist ein ganz besonderes Getreide. Ein Goldstück aus der Schatzkiste von Mutter Natur. Hafer ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen. An Ballaststoffen und weiteren Inhaltsstoffen, von denen Körperinneres und Äußeres profitieren. Man findet Hafer heute als Wirkstoff in kommerziell erhältlichen Kosmetikprodukten, weil er die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und ihre Regeneration anregt. So verbessert sich durch den Hafer das Hautbild. Kleiner als 7120678 Besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich Box unterstrich Mittel unterstrich Down Binde Strich Größer als Google Tag CMD Push Function Google Tag Define Slot 7120678 Besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich Box unterstrich Mittel unterstrich Down 300 250 336 280 DIVGPT AD 150339 1 790 647 0 SETTARGETING Red FOLTS SETTARGETING Section 4 SETTARGETING URL Endlich Schluss mit Pickeln und Akne dank dieser Maske aus Hafer und Milch. SETTARGETING Topic Default SETTARGETING E-TARGETING MARFILtype GET MRFP SETCLIP SMPTY DIF TRUE TRUE AD SERVICE Google Tag PUBATS Google Tag Enabled Services Google Tag DISPLAY DIVGPT AD 150339 1 790 6 4 7 0 zu den wichtigsten Wirkungen des Haafers zählt sein Reinigender-Effect. Hafer eignet sich ideal, um jegliche Art von Schmutz und Rückständen aufzunehmen. So können sie sich nicht mehr in den Poren ansammeln. Die im Hafer enthaltenen Proteine schützen die Haut. Helfen, ihren pH-Wert im Gleichgewicht zu halten. Hafer ermöglicht eine tiefreichende Versorgung der Haut mit Feuchtigkeit. So wird sie vor dem Austrocknen geschützt und gleichzeitig gegen schädliche Umwelteinflüsse gestärkt. Seit langer Zeit wird Hafer als natürliches Peeling eingesetzt. Damit hilft er, Pickel, Mitesser und andere Unreinheiten zu behandeln. Welches sind die Vorteile von Milch? Hafer ist ein ganz besonderes Getreide. Ein Goldstück aus der Schatzkiste von Mutter Natur. Hafer ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen. An Ballaststoffen und weiteren Inhaltsstoffen. Von den Körperinneres und Äußeres profitieren. Man findet Hafer heute als Wirkstoff in kommerziell erhältlichen Kosmetikprodukten. Weil er die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und ihre Regeneration anregt. So verbessert sich durch den Hafer das Hautbild. Die in der Milch enthaltene Milchsäure und ihre natürlichen Fette werden seit vielen, vielen Jahren zur Behandlung von Hauterkrankungen und Verbrennungen eingesetzt. Wie der zuvor beschriebene Hafer findet sich auch Milch in kommerziell erhältlichen Kosmetikprodukten. Hier versucht man, die Nährstoffe der Milch für die unterschiedlichen Hauttypen auszunutzen. Ein Hinweis sei uns an dieser Stelle gestattet. Milch sollte nach Möglichkeit nicht im Sommer zur Hautpflege verwendet werden. Da die Milchsäure die Resistenz der Haut gegen UV-Strahlung mindert. Natürlich kann man auch im Sommer etwas für die Haut tun. 5 Tipps zum Schutz seiner Haut vor Sonnezutatenzubereitung wenn du möchtest. Kannst du der Maske etwas Honig hinzufügen. Honig wirkt wie ein natürliches Antibiotikum und regt Regenerationsprozesse an. Was bei Pickeln und Akne sehr sinnvoll ist. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.